Das Wasser war zum Anschwimmen mit 18 Grad Wassertemperatur im Freibad Jever schon deutlich kälter. Allerdings sorgten nur 12 Grad Lufttemperatur am Samstag dafür, dass es die mutigen Anbader nicht allzu lange im Wasser aushielten. Der Bürgermeister würdigte den Einsatz des Fördervereins Freibad Jever um Marianne Rasenack, denn dank des Engagements könne sich die Stadt das Freibad auch in Zeiten leerer Kassen leisten. Und das ist nicht nur wichtig angesichts der abnehmenden Schwimmfähigkeit der Kinder. Das Freibad ist auch ein wichtiger Treffpunkt für die Jugendlichen.